Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute Malware-Analyse an. Und zwar schauen wir uns genauer gesagt an die Strings einer Malware, also die Variablen, die verwendet wurden und was in diese Variablen hereingeschrieben wurde. Das könnten zum Beispiel Bitcoin-Adressen sein, einfach Login-Daten oder andere Informationen. Das Ganze will ich dir zeigen und ich wünsche dir wie immer mega viel Spaß mit dem Video. Hey, ha, Cyber Security. Be part of IT. Gut, wenn du noch kein Abo da gelassen hast und dich für IT-Sicherheit interessierst, dann mach das doch bitte, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einfach ein Like da, dann kann ich mehr von sowas produzieren. Gut, wir brauchen erstmal Kali-Dinux. Wenn du Kali-Dinux noch nicht kennst, schau dir bitte mein Video an über Kali-Dinux. Ich zeige dir erstmal, wie man das installiert. Hier einfach oben auf den Button klicken. Hier lernst du, wie man Kali-Dinux installiert. Und das brauchen wir für das ganze Video. Okay, dann starten wir mal. Wir brauchen ein Programm, das wir natürlich analysieren wollen. Und dieses Programm liegt bei mir jetzt hier schon auf dem Desktop. Ich habe es Excel genannt, denn es ist ein Windows-Programm. In diesem Programm, das kannst du dir auch runterladen. Besser gesagt, wenn du es nachmachen willst, lad es dir runter. Hier kannst du dann eben auf Windows nachschauen, wie das Programm überhaupt funktioniert. Zum Beispiel ist hier ein Login-Fenster und ein Passwort musst du dir eben eingeben, also ein Benutzernamen und ein Passwort musst du eingeben. Und wir wollen schauen, ob wir das herausfinden können mit unserem String-Befehl oder String-Programm, indem wir eben die ganzen hartgecodeten Variablen anschauen. Hartgecodet heißt, diese Passwörter oder Benutzernamen sind fest in dem Programm integriert. Gut, so, dann, wenn du das runtergeladen hast, Link kommt in die Beschreibung, kopiere es in deine Kali-Maschine rein oder tue es direkt von Kali aus, also über den Browser herunterladen. Genau, dann öffnen wir jetzt das Terminal. Hier macht ihr einfach rechtsklick, Terminal öffnen, dann seid ihr direkt auf dem Desktop und alles ist easy, sage ich mal. Dann mache ich das Ganze für dich größer und jetzt kommen wir auch schon zu unserem mächtigen Programm namens Strings. Und wenn du das hier einfach so eingibst, wird nichts passieren, denn dieses Befehl braucht noch den Parameter und zwar, welches Programm soll überhaupt analysiert werden. Und wir wollen jetzt hier das Excel-Programm analysieren. Und das machen wir einfach, indem wir den Namen eingeben. Dann klicken wir Enter und wir sehen jetzt hier schon, ups, wir sehen jetzt hier schon einen Haufen Strings, also Variablen, die im Programm hinterlegt wurden. Das ist jetzt ein bisschen hier unübersichtlich, weil es eben so viele sind und ja, wir wollen das natürlich uns so leicht wie möglich machen und deswegen speichern wir das Ganze in der Datei. Das will ich dir auch noch schnell zeigen, wie das funktioniert. Und dafür geben wir eben wieder Strings ein, Punkt Exe und dann machen wir dieses größer, kleiner Zeichen. Und dieses Zeichen bewirkt eben, dass wir die Ausgabe von dem Befehl in eine Datei reinschreiben. Und wir machen das Ganze mal und schreiben das in ein, ja, Info.txt. Txt steht für Textdatei und hier wird eben dann das Ganze in der Textdatei geschrieben. Es dauert nicht lang, einmal draufklicken und schon ist es passiert. Jetzt können wir das hier wieder minimieren und haben jetzt hier unsere Info.txt. Okay, die ganze Datei öffnen wir jetzt und jetzt können wir hier das Ganze uns nochmal anschauen oder halt mit Strgf oder hier auf Find nach Sachen durchsuchen, zum Beispiel Login. Und wir sehen jetzt hier, oh, hier steht sogar Login. Hier sehen wir die Variable, zum Beispiel Welcome to the Login Portal und ja, hier könnte eventuell auch schon unser Passwort irgendwo stehen. Wir müssen jetzt hier nur ein bisschen uns umschauen und dann sehen wir eventuell das Passwort von dem Programm. Und ja, wir können jetzt hier, ich weiß jetzt schon, dass das das Passwort ist, aber ihr könnt hier jetzt rumschauen und eben alle Sachen, die euch so vorkommen, als könnte es ein Passwort sein, eben in dieses Windows-Programm eingeben. Dafür braucht ihr Windows, testet es da einfach, startet dieses Exe-Programm hier am Desktop und testet die Variablen durch, die ihr denkt, das ein Passwort sein könnten. Zum Beispiel RSDS, Ausrufezeichen, könnte auch ein Passwort sein, so. Ich kann dir jetzt zeigen hier, das ist der Benutzername und das ist der Login, da ich das schon getestet habe. So, auf jeden Fall, wenn das jetzt ein echter Virus wäre, könntest du hier eventuell Bitcoin-Adressen finden oder IP-Adressen. Die sind hier auch alle verankert, wenn der Programmierer die nicht irgendwie schlau versteckt hat, kann man das so auslesen. Also kannst du somit Viren analysieren und die Variablen dir anschauen. Vorausgesetzt der Trojaner oder so ist nicht verschlüsselt. Machen nämlich auch viele Hacker, um eben sowas zu vermeiden. Aber wenn du jetzt hier einen Anfänger erwischt hast, also einen Anfänger-Programmierer, der könnte solche Fehler gemacht haben und dann kannst du eben so zum Beispiel die IP von seinem Control-Server rausfinden. Ich finde das extrem interessant und das sind so die Basics von Malware-Analyse, also das macht man so als erster Schritt. Vielleicht findet man was oder auch zum Beispiel, um irgendwelche Programme zu cracken, wird das auch teilweise verwendet, wenn eben Passwörter hartgecodet sind, wie hier jetzt zum Beispiel. Genau. Also, was lernen wir daraus? Wenn du was programmierst, tu deine Passwörter nicht hardcoden, also nicht in irgendwelche Variablen. Und wenn du es machst, verschlüsselt sie so, dass man sie eben nicht übergleich dieses Strings-Programm herausfinden kann. Sehr häufig gemacht, gibt es sehr viele Programme, wo diese Schwachstelle zutrifft und somit kann das Programm easy gecrackt werden oder eben Informationen herausgefunden werden können. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir wieder etwas Nützliches zeigen. Der Befehl heißt Strings, merke ihn dir, schreibe ihn in deine Hacker-Bibel und ja, probiere ein bisschen damit rum. Du kannst alle Programme anschauen, ist jetzt egal, ich habe jetzt hier mal ein Login-Programm angeschaut. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich wünsche dir mega viel Spaß damit und ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, abonnier den Channel und ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit. Peace. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!